Nach einer längeren Seitwärtsphase haben wir wieder Volatilität im Markt. Der Bitcoin-Preis ist heute Morgen knapp 600 Punkte gefallen und das Ganze in nur einer 5-Minuten-Kerze. Das Ganze ging auch wieder einher mit einer riesen Liquidation auf der Derivatexchange BitMEX. Hier wurden konkret 150 Millionen US-Dollar an Bitcoin-Long-Derivate-Positionen liquidiert. Das heißt konkret, diese Long-Positionen, also diese Käufer, die im Markt waren, wurden gezwungen, ihre Kontrakte zu verkaufen und die haben nochmal dazu beigetragen, dass dieser große Drop so heftig ausfällt. Ein wichtiges Thema diese Woche ist aber der Launch der Bugged Exchange am Sonntag. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben das Wort oder das Thema Bugged schon mal gehört, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ihr es noch nicht auf diesem Level gehört habt, wie ihr es in diesem Video hören werdet. Ich habe mir in diesem Video nämlich zum Ziel gesetzt, euch das Ganze so simpel wie möglich zu erklären, die Implikationen so einfach wie möglich darzulegen und vor allem auch den Unterschied zwischen den bisher regulierten und unregulierten Future Exchanges zu erklären. Wie ihr wisst, ist bei meinen Videos eigentlich der generelle Anspruch, dass immer ein wenig ein Lernfaktor dabei ist. Deswegen geht es mir in diesem Video auch darum, euch grundlegend zu erklären, was denn überhaupt so ein Future-Kontrakt ist. Ich habe nämlich schon des Öfteren in Unterhaltungen gemerkt, dass viele Leute zwar über Themen wie die Bugged sprechen oder die CBOE Futures, aber die wenigsten Leute wissen eigentlich, was wirklich ein Future-Kontrakt ist, was der Sinn dahinter ist und was das Ganze denn für einen Einfluss auf den Markt hat. Nach dem Intro geht es also gleich mit diesem Video los. Wie immer, wenn ihr Anrufungen habt oder Wünsche, was ihr in Zukunft gerne sehen wollt oder wenn ihr einfach generell was schreiben wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde schauen, wie das Ganze in meinem Zeitplan passt. Bis jetzt ist nächste Woche noch immer das Tensor-Charts-Tutorial geplant und ich wollte auch noch ein neues Video zu BitMEX machen, da ich wirklich finde, dass da ein Update-Video hergehört, da immer noch sehr, sehr viele Fragen zu BitMEX offen sind und viele Leute die Exchange einfach nicht in dem vollen Umfang ausnutzen, wie sie sie ausnutzen könnten. Das ist also bereits geplant. Ein neues Bitcoin-Update-Video wird auch am Montag kommen und ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal fürs Intro und wir starten direkt mit dem eigentlichen Video. Und wir starten jetzt sprichwörtlich an der Tafel, denn in diesem Video sollt ihr grundlegend erklärt bekommen, was denn überhaupt Future-Contactes sind, was denn die Bug macht, was der Unterschied der Bug zur CBOE ist. Der Unterschied ist nämlich ziemlich simpel, aber ich habe schon etliche Leute diesen Unterschied einfach entweder extrem kompliziert erklären gehört oder extrem falsch. Was mich auch immer wieder verwundert ist, dass viele Leute einfach die grundlegenden Grundbegriffe, Basiswissen aus den Finanzmärkten nicht wissen. Über Bug wurde wirklich wochenlang, monatelang spekuliert, diskutiert und als ich mich mit ein paar Leuten unterhalten habe, sowohl online als auch im Real Life, habe ich eigentlich ziemlich oft gemerkt, dass die wenigstens eigentlich wissen, was denn an der Bug überhaupt gehandelt wird oder was denn überhaupt ein Future-Kontrakt ist. Und ich denke schon, dass das ziemlich wichtig ist, dass man das zumindest grundlegend erklären kann, auch wenn man selber damit nicht spekuliert, dann stellt euch vor, ihr wollt einem Kollegen oder einem Freund, einem Bekannten näher bringen oder erklären, dass jetzt die große Bug-Exchange kommt von der New York Stock Exchange und der fragt euch, was machen die überhaupt? Und ihr sagt, okay, die verkaufen Future-Kontrakte und dann sagt ihr, okay, was sind Future-Kontrakte? Und dann steht ihr da und könnt es nicht erklären, das sollte nicht sein. Dementsprechend habe ich mir jetzt eben in diesem Video zum Aufdruck gemacht, euch zu erklären, was denn an der Bug gemacht wird und ich habe das Ganze auch visuell ansprechend gestaltet, damit euch nach dem Video hoffentlich ein Licht aufgeht. Wir kommen jetzt auch direkt zur ersten Slide. Wir haben hier zwei Personen, wir haben hier links den Hans und rechts den Fritz. Zwischen den Beinen liegt ein Future-Kontrakt und die Beinen sind an einem Austausch interessiert. Was ist genau der Austausch der Beinen? Einer von denen will eine Ware haben, ein Asset, einen Vermögenswert und der andere bekommt Geld dafür. Das Ganze kann eine Aktie sein, das Ganze kann Gold sein, das Ganze kann Öl sein, die klassischen Commodities, das Ganze kann auch ein Bitcoin sein, im Falle der CBOE-Exchange oder der Bug-Exchange. Also Future-Kontrakte gibt es wirklich auf alles mittlerweile. Von Schweinefleisch zu Getreide, das sind eh noch die klassischen Dinge. Ich glaube, man kann derzeit sogar Future-Kontrakte auf Wetter abschließen, das heißt für Ernten, zumindest gab es das mal und so habe ich das auch in der Universität gelernt. Das heißt, es gibt wirklich Future-Kontrakte auf die skurrilsten Dinge und im Prinzip ist es immer ein Geschäft zwischen zwei Parteien. Es gibt auf der linken Seite der Hans, der dem Fritz ein Geld bietet oder ein Geld-Equivalent-Gegenwert und der Fritz, der sich verpflichtet, ein Asset zu liefern. Das Ganze jetzt eine Aktie ist oder ein Rohstoff, das spielt ja nicht keine Rolle. Die beiden unterschreiben einen Vertrag, einen Future-Kontrakt. Der Vertrag hat einen fixen Auslauftermin, also ein fixes Datum im Regelfall. Das heißt zum Beispiel, habt ihr bestimmt schon aufgelesene Bitcoin September 2019 oder Dezember 2019 Futures. Das gleiche ist auch hier zum Beispiel Oil XXX Code Y June 2020. Das heißt, dieser Kontrakt läuft zu diesem Stichtag aus, sei es jetzt zum Beispiel Juni 2020 und zu diesem Stichtag liefert dann der Fritz auf der rechten Seite dem Hans seine 10 Barren Öl und der Hans zahlt den vereinbarten Wert. Das ist eigentlich der Grundgedanke hinter einem Future und so simpel ist es eigentlich. Es gibt drei Hauptarten oder drei Haupteinsatzgebiete von Future-Kontrakten, nämlich Nummer eins und das ist ganz, ganz, ganz groß und deswegen wurden Future-Kontrakte eigentlich auch entwickelt, nämlich das Hedging. Hedging sind Sicherungsgeschäfte und die Spekulation steht eigentlich erst an zweiter Stelle. Spekulation ist eigentlich immer das, was die meisten Leute an erster Stelle sehen würden, weil wenn man an Future-Kontrakte denkt, dann denkt man an die Trader, kann vielleicht bestimmt die S&P Future-Trader oder die Bond Future-Trader, aber im Regelfall ist Hedging eigentlich das Hauptgeschäft, Sicherungsgeschäfte. Und zu guter Letzt, es gibt Cash-Settled versus reguläre Future. Das ist wirklich ganz wichtig, wenn es dann zum Unterschied kommt, Bug zwischen CBOE, aber darauf gehen wir später noch genauer ein. Das heißt, ich halte das Ganze jetzt wieder so elementar wie nötig. Es gibt absolut keinen Grund, dass ich hier jetzt total in die Tiefe gehe, da ihr oder zum Beispiel mein Publikum zu 90% keine institutionellen Trader seid, die irgendwie angewiesen sind auf Future-Kontrakte und die genaue Hintergrunddaten brauchen. Ihr wollt wirklich das Basiswissen auffassen und das habt ihr mit diesen drei Punkten abgedeckt. Was denn jetzt genau Hedging ist, das erklären wir gleich noch. Ich habe das Ganze an einem Krypto-Beispiel aufbereitet. Stellt euch vor, ihr habt ein Portfolio. Ihr habt euer Portfolio links, ein Portfolio im Wert von 110.000 Dollar. Ihr habt von mir aus Bitcoin, Ethereum und IOTA einfach ein Portfolio aus Bitcoin und Alcoins und rechts habt ihr euer Hedge-Portfolio. Hier wieder der Future-Kontrakt und als Bild habe ich jetzt die Exchange BitMEX reinkopiert, da es in diesem Fall so ziemlich die einzig große Derivate-Exchange ist. Es gibt natürlich auch mehrere Derivate-Exchanges, aber auf BitMEX könntet ihr zum Beispiel einen Ethereum-Short-Kontrakt eröffnen oder einen Bitcoin-Short-Kontrakt. IOTA-Short-Kontrakt könnt ihr keiner eröffnen, aber der Markt ist sehr, sehr stark korreliert. Das heißt, ihr wisst, dass wenn Bitcoin 10% fällt oder 15% fällt, dann wird man da keine negative Korrelation zwischen den beiden haben. Das heißt, ich glaube, ich habe noch nie einen Tag gesehen, wo Bitcoin stark gefallen ist und IOTA stark gestiegen ist. Das heißt, wenn ihr ein Basket habt mit mehreren Alcoins, dann habt ihr zwar mit eurer Bitcoin-Short-Position das Ganze nicht 1 zu 1 dupliziert, das heißt, ihr seid nicht genau genommen nicht 100% gehadget, aber ihr seid abgesichert, weil eine gewisse Fluktuation und Standardabgleichung ist zwar vorhanden, aber im Regelfall seid ihr damit ziemlich abgesichert zu 95%. Was macht dieser Hedge jetzt also? Um es ganz simpel zu halten, habe ich einfach gesagt, okay, wir machen einen Minus 100.000 Dollar-Kontrakt auf. Minus heißt einfach eine Short-Position, also immer, wenn ihr einen Minus von der Position seht, spricht man von einer Short-Position, das heißt, es sind 100.000 Dollar long und auf der anderen Seite Minus 100.000 Dollar Short. Jetzt fragt ihr euch, warum soll man das machen? Das ist jetzt sozusagen der Hedge-Case, der Spekulations-Case eines kleinen Anlegers. Das kann mehrere Gründe haben. Es kann sein, dass zum Beispiel der Anleger in Urlaub fährt und sagt, okay, ich bin jetzt 3, 4 Monate nicht am Markt und ich will irgendwie nicht den Marktfluktuationen ausgesetzt sein, da ich jetzt nicht wirklich ein bullisches Bild auf dem Markt habe die nächsten 3 bis 4 Monate und dementsprechend möchte ich, sollte der Markt nach unten gehen, davor geschützt sein und deswegen gehe ich einen Hedge ein. Mein Portfolio ist vollkommen abgesichert und ich brauche meine Werte nicht zu verkaufen. Das ist zum Beispiel ein Hauptgrund. Wenn ihr zum Beispiel eure Werte oder eure Allcoins, euren Bitcoin auf dem Ledger habt oder auf irgendeinem anderen Wallet, dann müsst ihr theoretisch die ganzen Fonds auf eine Börse schieben, ihr müsstet die Liquidität haben, wenn ihr ein größeres Portfolio habt, das heißt, ihr müsstet das alles raufschieben, ihr müsstet die Werte verkaufen, ihr müsstet dann die USDT oder die US-Tether, je nachdem wie ihr das nennen wollt, müsstet ihr auf der Börse storen. Wenn ihr das Ganze aber mit einem Derivat macht, also mit einem Future-Kontrakt auf Bitmax, dann braucht ihr nichts verschieben. Ihr müsst auf Bitmax 1.000 Dollar deponieren, um 100.000 Dollar zu shorten, auch hier wieder Disclaimer, Achtung, wenn ihr 1.000 Dollar Margin habt, ist der Liquidationspreis ziemlich knapp, aber sagen wir mal 5.000 bis 10.000 Dollar reichen aus, um eine 100.000 Dollar Position zu train und um sozusagen den Stop immer noch unter dem Liquidationspreis zu setzen. Das heißt, ihr habt hier viel weniger Aufwand, ihr könnt euch dem Risiko entziehen und habt somit euer Portfolio abgesichert. Ein anderes Beispiel, was bei Bitcoin jetzt halt nicht so sehr anzuwenden ist, aber was bei Aktien sehr gut trifft. Zum Beispiel die Aktie XY, die Aktie Tesla hat in drei Wochen ihre Quartalszahlen und ihr sagt, okay, ich bin zwar ein Tesla-Holder und ich glaube an die Firma langfristig, aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass Tesla ihre Zahlen nicht treffen wird, also dass ihre Zahlen unter den geschätzten Zahlen von der Wall Street sind, das heißt, die Aktie wird kurzfristig stark an Wert verlieren. Ich kaufe mir jetzt Future-Short-Kontrakte, um im Falle dieses Wertverlustes mein Portfolio abzusichern, wobei bei so kurzfristigen Geschichten auch oft Optionen ins Spiel kommen. Optionen sind die anderen Derivate, das heißt, ihr könnt zum Beispiel Put-Optionen nehmen, aber da Optionen jetzt im Kryptobereich eher weniger bekannt sind und nicht nur auf Derivit verwendet werden, habe ich mich in diesem Video jetzt rein auf Future-Kontrakte beschränkt. Das heißt, wenn das Portfolio nach unten geht, seid ihr mit eurem Short sozusagen im Markt und verdient daran mit. Wir haben jetzt zwei Situationen, wir haben entweder die bullische Situation, dass der Markt 10% im Plus ist, dann steigt euer Portfolio auf 110.000 Dollar und wenn der Markt 10% im Minus ist, dann steigt euer Portfolio, sinkt euer Portfolio, sorry, auf 90.000 Dollar. Ja, Markt 10% im Plus, wieder hier, ich habe es versimpelt, ich habe jetzt gesagt, okay, 10% im Plus heißt, dass die ganzen Werte anteilsmäßig steigen und dass das Portfolio auf 110.000 Dollar geht. Nagelt mich jetzt hier nicht an die Wand mit der genauen Zahl. Ich weiß, dass es im Regelfall nicht realistisch ist, dass sowohl Bitcoin, Ethereum und IOTA gleich ansteigen. Es ist nur ein Beispiel. Wir haben einen bearischen Case und einen bullischen Case und das Gute an dem Future-Kontrakt ist, dass ihr in beiden Fällen komplett abgesichert seid. Das heißt, das gehedgte Portfolio bleibt genau gleich viel wert. Nehmen wir jetzt mal den bullischen Case, sagen wir, der Markt ist 10% gestiegen, dann ist euer Future-Kontrakt auf BitMEX minus 10.000 Dollar im Minus. P&L, das ist der Profit oder Loss in dem Fall. Das heißt, euer offener P&L ist minus 10.000 Dollar. Das heißt, ihr habt 10.000 Dollar unter Anführungszeichen verloren, unter Anführungszeichen wirklich nur. Ihr habt es nicht verloren, da ihr gehedgt seid. Das heißt, euer richtiges Portfolio, also euer physisches Portfolio, was wo auch immer liegt, auf Binance oder auf eurem Ledger oder auf eurem anderen Wallet, das Portfolio hat in der gleichen Zeit 10.000 Dollar an Wert dazugelegt. Das heißt, ihr habt jetzt hier, das hier ist vielleicht ein wenig verwirrend, aber der Future hat hier 10.000 Dollar P&L, das heißt, er ist 10.000 Dollar im Plus und euer Portfolio ist somit gleich viel wert wie vorher. Das heißt, obwohl ihr jetzt minus 10.000 Dollar im Future verloren habt, gleicht sich das Ganze hier aus, diese minus 10.000 Dollar plus diese 10.000 Dollar hier, bleiben auf 0 und euer Portfolio ist in dem Fall wieder 100.000 Dollar wert. Wenn ihr das Ganze jetzt genau nehmen würdet, dann wäre ja euer Portfolio zwar 110.000 Dollar wert, aber ich rechne das Ganze jetzt direkt gegen mit dem minus 10.000 Dollar um das Ganze ja gleich hier anschaulich zu haben. Dann gehen wir gleich auf die nächste Folie. Es klingt trivial, das Ganze, es klingt trivial, es ist aber sehr genial. Wir haben jetzt hier das Ganze in einem Real Life Beispiel und hier wirklich der Hauptcase, der Hauptfall von Hedging Sicherungsgeschäften. Stellt euch für, ihr habt eine Spedition oder ein Unternehmen, was auf Treibstoffpreise angewiesen ist. Das Unternehmen muss vorausplanen, vor allem wenn es ein größeres Unternehmen ist. Ich durfte jetzt nicht an eine 10-Mann-Firma denken, die irgendwie ja relativ marginal von Preisfluktuationen betroffen sind. Stellt euch ein Riesenunternehmen vor, sowas wie DP Schenker oder DAXA mit 100.000 Mitarbeitern, die wirklich sehr, sehr stark angewiesen sind auf Treibstoffpreise. Diese Unternehmen können jetzt nicht sagen, okay, wir schauen jetzt einfach mal, wie sich der Ölpreis entwickelt und was kommt, kommt. Das funktioniert nicht. Wenn ihr wirklich solche großen Mengen an Treibstoff kauft oder was auch immer für ein Unternehmen habt, vielleicht auch ein Unternehmen, das auf Gold angewiesen ist, dann müsst ihr euer Risiko irgendwie einschätzen können. Und das Ganze könnt ihr effektiv machen mit einem Future-Kontrakt. Ihr könnt nämlich euren physischen Verbrauch absichern. Das solltet ihr im Fall der Fälle einen Angebotsschock im Ölpreis haben, so wie jetzt zum Beispiel, wie wir es gerade haben in Saudi-Arabien. Also sollte ja der Ölpreis von heute auf morgen 10% steigen, dann sollte es nicht sein, dass ihr deswegen 10% Verlust macht, weil eure Kosten 10% steigen und dass ihr dann von mir aus 50 Mitarbeiter kündigen müsst und eure Firma schon halb vor der Insolvenz steht. Deswegen habt ihr Future-Kontrakte. Das heißt, wenn der Ölpreis steigt, sorry, wenn der Ölpreis steigt, steigen die Kosten der Spedition Huber und dementsprechend muss sich die Spedition oder das Unternehmen absichern. Wie wird das gemacht? Wieder mit Future-Kontrakten. Das heißt, dieselbe Geschichte des kleinen Kryptoinvestoren von zu Hause wird von dem größeren Unternehmen gemacht. Es gibt Long-Kontrakte und es gibt Short-Kontrakte. Long-Kontrakte heißt, man profitiert von steigenden Kursen. Das heißt, wenn man einen Long-Kontrakt kauft, dann geht das konkret damit einher, dass, wenn der Preis dieses Assets steigt, man davon profitiert. Bei einem Short-Kontrakt profitiert man von fallenden Kursen. Viele Futures sind in dem Fall Cash-Zettel. Das heißt, es muss keine physische Lieferung gemacht werden. Und was macht die Spedition dann? Naja, wenn die Ölpreise steigen und die Kosten steigen, dann müssen sie zu einer Exchange gehen, zum Beispiel zu Eurex oder zu CME und müssen dementsprechend einen Long-Future kaufen, um gegen diesen steigenden Ölpreis abgesichert zu sein. Wenn der Ölpreis nämlich steigt, dann ist das schlecht für die Firma, denn die Kosten steigen. Aber wenn sie einen Future haben, rein zu Spekulationen, rein zum Hedging sozusagen, beziehungsweise es ist keine Spekulation, dass sie sich ja eins zu eins absichern, wenn sie einen Future haben und der Ölpreis 10% steigt, dann macht ihre Position natürlich halt auch Gewinn. Und sie haben diese Verluste ausgeglichen. Dazu kann man natürlich jetzt noch zig Rechenbeispiele zeigen. Ich spare euch das jetzt mal. Ich glaube, es interessiert die wenigsten. Wenn ihr wirklich tiefer daran interessiert seid, könnt ihr mir das gerne schreiben. Dann machen wir das in einem eigenen Video. Es ist natürlich nicht so einfach, wie es hier jetzt dasteht, da es noch zig Sachen zu beachten gibt. Ihr müsst mal vorher wissen, okay, was ist denn genau euer Verbrauch? Wie genau seid ihr denn überhaupt betroffen? Was gibt es denn für Produkte? Wenn laufen diese Produkte aus? Wie viele Barrel sind denn pro Future vorhanden? Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Gerade viele Future-Kontrakte auf der CME und auch auf der Eurex sind im Regelfall für größere Mengen ausgelöst. Das heißt, wenn ihr einen Future kauft, dann könnt ihr vielleicht nicht einfach eine kleine Position absichern, sondern müsst direkt eine 100.000-Dollar-Position aufmachen, je nach Kontraktgröße und dann müsst ihr mit eurem genauen Risk-Modell oder mit einem Risikomodell ausrechnen, wie ihr denn perfekt gehashed seid. Ich wollte das Ganze aber auch mit reinnehmen, damit das Ganze nicht so trivial stehen bleibt mit diesem Bitcoin-Beispiel und damit ihr wirklich auch seht, dass hier eine Real-Life-Anwendung ist und was eigentlich der Hauptgrund von einem Future-Kontrakt ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch die Spekulatoren. Dazu habe ich jetzt keine eigene Folie gemacht, da es ziemlich selbsterklärend ist. Spekulatoren sind einfach die andere Seite der Future-Kontrakte, das heißt, ihr habt auf der anderen Seite die Produzenten, die darauf abgesichert sind, auf den Finanzmärkten ihr Risiko outzusourcen und die Spekulatoren wollen mit diesem Risiko Gewinner wirtschaften. Das heißt, Spekulatoren sind zum Beispiel Banker, Hedgefonds, was auch immer, Versicherungen, je nachdem, Portfolio-Manager, die kaufen diese Future-Kontrakte rein aus Spekulationsgründen. Die könnten zum Beispiel sagen, laut ihren Berechnungen oder laut ihren Spekulationsgründen wird der Oil-Preis steigen und deswegen kaufen sie einen Long-Future. Die haben keinen Grund irgendwie den Ölpreis, gegen den Ölpreis zu hatchen, weil eine Investmentbank wird nicht wirklich stark einen steigenden Fixkostenanteil haben, wenn die Ölpreise steigen. Natürlich wird das sie indirekt betreffen, aber jetzt nicht so mit Unternehmen, was direkt davon betroffen ist. Ich denke, das ist verständlich. dementsprechend gehe ich jetzt nicht zu stark auf den Spekulationsteil ein. Aber was ist denn jetzt neu ein Bug? Ja, das ist die Hauptfrage. Was ist denn neu ein Bug? Ein Future ist nichts Revolutionäres. Ein Future gibt es seit zig Jahren und auch bisherige Exchanges, vor allem bisherige unregulierte Exchanges wie zum Beispiel BitMEX, Neujahrts FTX oder OKEX, die bieten alle Future-Kontrakte an. Wieso brauchen wir Bug? Naja, der erste Hauptgrund unreguliert. Ja, die großen Firmen, die großen Boys, die großen Trader, die großen Banken, die großen Versicherungen, Portfolio-Manager, die können alle nicht auf BitMEX gehen, die können alle nicht auf OKEX gehen, die können nicht auf FTX gehen. Ja, sei es jetzt BlackRock, Monkstandy, Goldman Sachs, Bridgewater, wie die ganzen Hedgefonds heißen und wie die ganzen Banken heißen. Natürlich können ihr nicht auf BitMEX einen Account machen und dort traden. Das funktioniert nicht. BitMEX hat zwar eine gute Liquidität, aber es wäre absurd zu denken, dass sie in einem Umfeld, wo Banken wirklich teilweise hochreguliert sind und wo wirklich alles genau hinterlegt sein muss und genau bewiesen werden muss, dass da jemand auf BitMEX tradet. Also das dürfte euch selber klar sein. Das heißt, wir haben eine Gruppe an Investoren, die nicht am Markt teilnehmen kann und diese Investoren, das müsst ihr euch auch vor Augen führen, also ein Portfolio von Goldman Sachs oder von einer Versicherung oder von einem Pensionsfonds, also das ist das Äquivalent von 100.000 Retail-Tradern. Ja, also wir, kleine Fische, unser Portfolio, sei es jetzt mal, ich schätze so, das Median-Portfolio wird zwischen, was weiß ich, ist wirklich schwer einzuschätzen, aber zwischen 20.000 und 50.000 Dollar vielleicht, das Median-Portfolio, wobei das eh schon ziemlich hoch ist, wahrscheinlich eher im Bereich 20.000 Dollar. Also da könnt ihr wirklich 1.000 Retail-Trader gleichsetzen mit einem kleinen Portfolio von Goldman Sachs. Das heißt, wenn diese Big Boys in den Markt kommen, dann wissen wir erst mal, was richtige Nachfrage ist. Ja, weil die Retail-Nachfrage, die wir jetzt haben, ist dagegen noch ein ziemlicher Joke. Das heißt, wir haben dafür schon die CBOE und die CME, das heißt, wir haben zwei regulierte Exchanges und das sind eigentlich Exchanges, wo diese Big Boys hingehen können. Also jetzt wieder die Frage, warum Bugged? Warum sind die Leute Bullish wegen Bugged? Was ist der Unterschied, wenn Bugged kommt? Und hier kommt jetzt das große Buzzword ins Spiel, nämlich Cash Settled versus Physical Settlement, also das physische Settlement, der physische Abschluss gegen den Cash Settled Abschluss. Der Hauptunterschied ist folgendes Buzzword, nämlich dass die CME Cash Settled Futures anbietet und die Bugged Physical Settlement. Das heißt, auf der CME müssen keine Bitcoin gehalten werden, es müssen keine Bitcoin über den Tresen gehen, die Leute kaufen nur den Kontrakt, es wird dann auf den Marktpreis geschaut, der sich aus verschiedenen Exchanges zusammenschaut und wenn dann der Future ausläuft, muss die eine Partei der andere Partei, je nachdem, wie sich der Preis verhaltet, dass sie nicht ein Premium zahlen oder der Short eben an den Long bezahlen, je nachdem, wie sich der Preis entwickelt. Ihr wisst, was ich meine, es muss niemand Bitcoins halten. Wenn Goldman Sachs an den CME Future Kontrakte kauft, haben die keinen einzigen physischen Bitcoin, ja, brauchen sie nicht. Aber auf der Bugged ist es genau anders. Das heißt, wenn hier Future Kontrakte gehandelt werden, wenn hier jemand einen Long Future kauft oder wenn hier, noch viel wichtiger, wenn die Short Seller eine Future verkaufen, dann müssen sie das Underlying halten. Das heißt, ein Short Seller muss die Bitcoin halten und muss die Bitcoin auch ausliefern zum Termin. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen und das ist auch der Hauptunterschied bei den richtigen Futures. Es gibt zum Beispiel Öl Future, die sind Cash-settled und es gibt Öl Future, die sind physisch gesettled und der große Unterschied ist, wenn ihr Spekulatoren seid, dann wollt ihr einen Cash-settled Future und wenn ihr ein Produzent seid, dann wollt ihr den physischen Future. Denn was passiert, wenn ihr theoretisch als Spekulator von zu Hause aus einen Long Future kauft im Öl? Naja, wenn ihr den Future wirklich haltet bis zum Auslieferungstermin, dann wird euch das Öl geliefert. Ja, dann habt ihr nicht Profit oder irgendwas oder irgendwie das Ganze in Cash bezahlt, was ihr dann spekulationstechnisch einen Profit macht. Nein, das Ganze wird euch ausgeliefert und das ist der Hauptgrund oder der Hauptunterschied zwischen der CME und der Bugt. Fühlen wir also direkt einen Mythos auf den Zahn. Es wird jetzt oft behauptet, dass wir in die Bugt-Lounge noch mehr Schwarz in den Markt kommen. Da wir ja damals am Ende der Bitcoin-Blase die CME-Futures gelauncht worden sind und da die Blase auch geplatzt ist, ob das Ganze jetzt wegen der CME war oder weil wir einfach am Ende eine riesengroße Bubble waren, das hat er hingestellt. Ich glaube eher letzteres, aber dennoch. Das Argument kommt oft, das Argument wird oft in den Raum gestellt und ich halte da stark dagegen. Warum? Wir haben an der Bugt physisch gesettelte Kontrakte. Schwarzseller mögen keine physisch gesettelte Kontrakte. Die mögen Cash-Kontrakte. Warum? Weil sie eben das Anleihen sonst halten müssen. Rein zu Spekulationsgründen und Bitcoin ist ein hoch spekulatives Asset, macht es keinen Sinn auf der Bugt-Short zu gehen. Wenn man Short gehen will, hat man eine CME und man braucht dazu nicht die Bugt. Es will kein Schwarzseller sich Bitcoin kaufen, nur um diese Bitcoin dann drei Monate zu halten und die dann demjenigen, dem Counterpart, auszuliefern. Das heißt, das Argument zieht hier relativ wenig und wir haben auch hier einen begnadeten Short-Seller, den wollte ich hier noch animieren. Falls ihr wisst, wer dieser Herr ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Solltet ihr das nicht wissen, dann habt ihr eine große Bildungslücke. Müsst ihr diese Bildungslücke auffüllen, gerade im Finanzbereich, Investitionsbereich, eine absolute Legende und der King der Short-Seller. Schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr den Herrn kennt. Und damit überglättet die Brücke billen. Physische Kontrakte interessanter für Miner, Hedger oder Spekulanten, die Long gehen. Das heißt, dieses Argument der Short-Seller zieht eigentlich relativ wenig, da so physische Kontrakte eigentlich ziemlich prädestiniert sind, dafür von Minern zu benutzt werden oder Spekulanten, die im Long gehen. Die Miner hedgen ihre Exposure, das heißt, wie ich euch vorher bereits erklärt habe, kaufen zum Beispiel Short-Future oder verkaufen Short-Future, weil sie eben Angst haben, dass der Preis fällt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Miner, sagen wir mal, 100 Bitcoin an den Short-Future verkauft, dann lockt er sich den Preis ein, kann sein Geschäft weiter planen, hat zum Beispiel den Preis 10.500 eingeloggt, verkauft die Bitcoins in drei Monaten an den Käufer und hat dann seinen Preis immer noch. Wenn der Preis jetzt gestiegen ist, hat er effektiv zwar verloren, weil er theoretisch die Bitcoins am Markt jetzt teurer verkaufen hätte können, aber er hat sein Risiko outgesourced an den Spekulanten. Das ist ganz wichtig, weil er muss vorausplanen, er muss seine Mitarbeiter bezahlen, er muss Strom bezahlen. Er kann nicht irgendwie spekulativ sagen, ja, vielleicht steigt es, vielleicht steigt es nicht, deswegen eher ein Fall für die Miner, eher ein Fall für die Hedger. Fassen wir also zusammen, Bakt ist Bullish, brauchen wir nicht drüber reden, eine 100% regulierte, äh, regulierte, physisch gedeckte Bitcoin Future Exchange im Namen der New York Stock Exchange. Das ist Bullish, das ist extrem Bullish, ja, und es ist langfristig extrem Bullish, weil es ist ein Reifezeugnis für den Markt und habe ich jetzt so plump hingeschrieben, denkt ihr, die New York Stock Exchange würde ohne Nachfrage so einen Schritt gehen? Denkt ihr, wenn der, keine Ahnung, Gründer oder besser gesagt, der Vorsitzende der New York Stock Exchange, wenn er nicht irgendwelche reichen Freunde hätte oder reichen institutionellen, ähm, Partner oder, die sind ja vernetzt, ja, die kennen sich ja untereinander, also, die haben Kontakt mit den Big Boys, mit den großen Banken, mit den Fonds und die wissen auch, was die wollen, die würden nicht zum Spaß eine Bitcoin Future Exchange launchen und dieses Risiko eingehen, diese absurd hohen Kosten, diese regulativen Aufwände, diese Regulationen zu bekommen, ähm, die Infrastruktur zu schaffen, diese Bitcoins zu kaufen, sich mit dem Thema wirklich, ähm, extrem zu beschäftigen, extrem lang zu beschäftigen, die würden das nicht machen, wenn sie nicht langfristig davon überzeugt wären, dass hier wirklich institutionelle Nachfrage in diesem Markt besteht. Das heißt, BACT ist extrem Bullish, ja, aber, was ihr natürlich nie vergessen dürft, ist, dass es immer einen großen Unterschied gibt auf Märkten zwischen kurzfristig und langfristig. Langfristig ist eine Sache, kurzfristig ist eine andere Sache. Langfristig wird die Infrastruktur gebaut, langfristig ist das Bullish, wie ich schon zum dritten Mal jetzt gesagt habe. Aber ihr dürft euch nicht von diesen ganzen Scharlatanen verleiten lassen, die immer, ähm, einen Tag X als ultimatives Szenario anpreisen. Das heißt, nur weil die BACT am Sonntag launcht, heißt das nicht, dass wir deswegen eine Pump oder Dump sind. Erstens, ähm, haben die sich bestimmt schon mit einigen Bitcoins eingedeckt und zweitens ist das nur der Launch des Produktes. Das Ganze muss jetzt erstmal reifen, das Ganze muss Bekanntheit gewinnen, das Ganze muss erst der Kunden gewinnen, das Ganze muss sich weitersprechen. Ähm, wir brauchen vielleicht eventuell noch ein, ein wenig mehr Hype im Bitcoin-Markt im Generellen. Aber wenn diese Infrastruktur dann steht und wenn wir dann wieder Richtung Bull-Markt gehen und so eine Infrastruktur vorhanden haben, dass einfach, ähm, riesige Klienten, ja, reguliert über die New York Stock Exchange Bitcoin kaufen können, aber dann, aber dann war die letzte Blase noch gar nichts. Ja, weil dann kommt das richtige Geld in den Markt. Wie gesagt, kurzfristig nicht den Fehler machen, das jetzt überzubewerten, langfristig enorm bullish. Das war mir wichtig, diese Message an euch rüberzubringen. und wir kommen jetzt auch schon zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Verdammt, ich bekomme immer am Ende des Videos, kann ich nicht mehr sprechen, das ist euch bestimmt schon öfter aufgefallen. Es tut mir sehr leid, aber es ist wirklich immer, wenn man vor dem Monitor sitzt und einfach 15 Minuten durchredet, müsst ihr selber mal probieren, dann wird einfach der Mund irgendwann so trocken und es ist wirklich schwierig, so ein Video aufzunehmen. Also ich hoffe, euch hat das gefallen. Ähm, wie gesagt, wieder der Hinweis auf meine Kanäle. Bitte lasst mir gerne ein Abo da. Bitte empfehlt meinen Kanal gerne weiter. Ich denke, ich kann, eine sehr, sehr gute Anlaufstelle bieten für viele Leute im Kryptobereich, viele Leute, die neu sind, die einfach sich ein wenig durchwuseln müssen gegen das allgemeine Chaos und durch allgemeine Missverständnis auch auf Krypto, YouTube und ja, ich denke, mein Kanal ist da eine sehr gute Anlaufstelle, ohne jetzt irgendwie arrogant wirken zu wollen, aber es gibt sehr, sehr viele andere gute Kanäle, kompetente Kanäle, aber wir sind schon eher in der Minderheit, ja. Ein Großteil der Kanäle ist eher eher auf der, ich will es jetzt irgendwie nicht zu schlecht denunzieren, aber das nicht nacht, aber ihr wisst schon, was ich meine, so diese Hype-Sachen, Leute irgendwo reinlocken und überall Rafflings raushauen und hier und da und so fort und das neue XXX, das neue Y, die neue Börse, das neue BitMEX, hier Raffling, da Raffling, klassische Krypto-YouTube-Kanal, kommt gerne in unsere Telegram-Gruppe, abonniert mich gern, lasst mir ein Like da, empfiehlt mich weiter, schreibt mir in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video, euer Chris. Bis zum nächsten Mal.